Pixie Pepper Pixie Pepper, wie lange ist die Bibliothek noch geöffnet? Die Bibliothek hat heute noch bis 20 Uhr geöffnet. Pixie Pepper, wo finde ich spannende Abenteuerbücher? Spannende Geschichten findest du hinter der Treppe in der Romanabteilung. Pixie Pepper, kannst du mir zeigen, wo ich meine Bücher zurückgeben kann? Die Rückgabeautomaten findest du draußen im Foyer? Dazu kann ich dir ein Video zeigen. Pixie Pepper, bist du ein Mann oder eine Frau? Weder noch. So etwas fragt man einen Roboter doch nicht. Pixie Pepper, ich muss aufs Klo. Wo sind hier die Toiletten? Die Toiletten befinden sich hier im Erdgeschoss. Schau nach links. Pixie Pepper, schön, dass du jetzt einer von uns bist. Vielen Dank. Ich fühle mich richtig wohl hier und freue mich ein Teil des Teams zu sein. Schau. Die Toiletten